Das Mentoring-Programm des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Jedes Jahr im Sommer startet das Mentoring-Programm des Börsenvereins. Dabei bekommen Nachwuchskräfte der Buch- und Medienbranche die Möglichkeit auf eine Vernetzung mit einem Branchenprofi. Engagierte und bereits erfahrene BranchenmitarbeiterInnen, unsere MentorInnen, bilden mit je einer Nachwuchskraft unseren Mentees ein Mentoring-Tandem. Voneinander lernen – unter diesen Worten steht das Mentoring-Programm, denn die MentorInnen geben ihre Expertise und gesammelten Erfahrungen weiter. Durch ihre Beratung tragen sie zur persönlichen wie beruflichen Entwicklung des Mentees bei. Im Gegenzug dazu erhalten die MentorInnen Perspektiven der jüngeren Generation und bekommen so ein Bild der Meinungen, Wünsche und Visionen des Branchennachwuchses. Dies sorgt auf beiden Seiten für Innovation und neue Sichtweisen auf die eigene Arbeit. Die Laufzeit des Mentoring-Programms beträgt insgesamt ein Jahr. Feste Bestandteile des Mentoring-Programms sind ein Kick-off-Treffen, Treffen auf dem Buchmessen sowie ein regelmäßiger Austausch zwischen MentorInnen und Mentee. In der Ausgestaltung dieses Austausches sind MentorInnen und Mentee komplett frei. Ob sie sich monatlich per Videocall zusammenschalten, alle paar Wochen einen Kaffee trinken gehen, zusammen eine Branchenveranstaltung besuchen, sich gegenseitig am Arbeitsplatz des anderen besuchen oder, oder, oder. Dabei wünschen wir uns eine Begegnung auf Augenhöhe, in der miteinander zu aktuellen Themen, Trends und Entwicklungen der Buch- und Medienbranche gesprochen wird. Denn was gibt es Schöneres, als generationenübergreifend voneinander zu lernen, sich gemeinsam für das Kulturwutbuch zu begeistern und auch gemeinsam die Branche zu gestalten? Möchten auch Sie gerne junge Nachwuchskräfte beim Berufseinstieg unterstützen und zu Ihrer Entwicklung beitragen? Dann melden Sie sich jederzeit bei Laura Herd. Als Referentin für Berufsbildung beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels beantwortet sie Ihnen gerne alle weiteren Fragen. Vielen Dank.